Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 9686 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich suche dringend Mitarbeiter für meine Firma, um Kundenaufträge schneller bearbeiten zu können. Ich bin in der Lage, positive Veränderungen herbeizuführen. Ich bin in der Lage, positive Veränderungen herbeizuführen. Ermutigende Worte können eine Brücke zwischen den Herzen bauen. Zahnärzte empfehlen in der Regel eine elektrische Zahnbürste, da diese die Zähne effektiver reinigt als eine Handzahnbürste. Zahnärzte empfehlen in der Regel eine elektrische Zahnbürste, da diese die Zähne effektiver reinigt als eine Handzahnbürste. Zahnärzte empfehlen in der Regel eine elektrische Zahnbürste, da diese die Zähne effektiver reinigt als eine Handzahnbürste. Eine Tinktur ist ein flüssiger Extrakt aus Heilpflanzen oder aus tierischen Ausgangsstoffen. Köche haben die Möglichkeit, ihre Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen und ihnen unvergessliche Momente zu bereiten. Köche haben die Möglichkeit, ihre Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen und ihnen unvergessliche Momente zu bereiten. Für ein Modestudium an einer Universität oder Kunsthochschule mit Abschluss, Bachelor oder Diplom benötigt man die allgemeine Hochschulreife. Für ein Modestudium an einer Universität oder Kunsthochschule mit Abschluss, Bachelor oder Diplom benötigt man die allgemeine Hochschulreife. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like.